Das war ein Buchkopf. Und der braucht in uns auch das Gefühl, dass wir uns umbringen wollen? Anscheinend? Was haben wir hier jetzt verloren? Was war hier? Scheiße. Ich habe keine Ahnung mehr. Das Spiel wird dann immer abgefuckt. Scheiße. Ich, ich. Keine Ahnung. Lauf, Simon. Nein. Scheiße. Die Tür ist kaputt. Fuck, wir kommen da nicht durch. Ich sehe nichts. Das war dumm. Das war dumm. Kacke. Ich weiß den Weg auch gar nicht mehr. Hier kommt gleich die Olle. Wir haben noch das Trinch war da. Gib. Oh mein Gott. Was ist das jetzt? Was ist das für ein Buchtyp? Buchkopf. Whatever. Bro. Das war doch hier lang. Wir kriegen das schon irgendwie hin. Der ist direkt hier unten jetzt. So. Nachladen. Dürfen die mir irgendwie... Ich lade direkt nach. Ungern. Oh, ich sehe nicht so viel. Bäh. So. Wir gucken mal, ob wir einfach an dem vorbeirenn können. Nee. Können wir nicht. Der schmerzt uns hier auch. Also. Der schmerzt uns auch. Der tut uns ja auch irgendwie. Verletzt uns ja auch. Irgendwie. Ich komme darauf gar nicht klar. Sind wir hier überhaupt richtig? Die Tür ist verschlossen. Ich spreche jetzt auf drei. Ich hoffe, das ist der richtige Weg. Hier ist auf jeden Fall die coole Musik. Und wir sind hier. Ja. Wohl. Tschüss, Kinders. Nein. Komm. Geh da durch. Nein. Komm. Nein. Nein. Komm. Komm. Das ist alles doof. Drei Stück und wir haben nichts. Leben ist vorbei. Leben ist vorbei. Können wir gleich nochmal anfangen, ey. Da schalte ich auch noch ein. Oh, meine Friese. Kommt auch so eine Bitch. Simon, lauf doch. Was ist denn dein scheiß Problem hier? Oh. Wie soll ich denn da durchkommen? Ich will auch nur mein Mösser wiederhaben. Ich hätte es niemals droppen sollen. Ja. Ja. Wir haben gar nichts. Nichts haben wir. Gar nichts. Boah, ich bin jetzt erschrocken vor diese Kack-Familie hier. Hm. Ich weiß langsam auch nicht, ob ich über Sprechland soll oder was nicht. Was ist jetzt hier? Ich vertraue gar nichts hier. Nix und niemandem. Und ich wundere jetzt, dass ich hier überhaupt irgendwie durchgekommen bin. Oh. Das ist wie so... Oh Mann, ey. Den ganzen Weg gleich dürfen wir nochmal schön zurücklaufen. Wo haben wir die denn reingesteckt? Alles überhaupt hier? Da oben. Oder? Wo war das hier oben? Haben wir die da oben reingetan? Wo waren die? Wo waren die? Scheiße. Ich hab mir das gar nicht... Ah. War das hier hier? Nee? Scheiße. Wo haben wir die denn reingetan? Wo habe ich die denn reingetan? Ich bin ein Goldfisch. Ich hab das hier auch direkt aus meinem Hirn verworfen, weil ich mir dachte, die Information brauche ich bestimmt nicht nochmal. War das nicht hier? War das wirklich nicht hier? Ich hab die wirklich nicht hier irgendwo reingetutet. Hm. 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 Wir finden das schon irgendwie wieder heraus. Oder hab ich die da vorne? Irgendwo muss ich die ja reingetan haben. Hier ja eigentlich... Nee... Nö... Nö, nö. Was ist das? Das sind hier noch Viecher. Ich hab die hier vorne hingetan. Da. Wir haben sie. Hallo Musik. Oh mein Gott. Und was haben wir jetzt lang? Wir haben einen Fuse. Wir müssen jetzt irgendwie wieder zurück zum Hanson Square kommen. Wir sind richtig im Arsch. Wir müssen irgendwie an denen vorbeikommen. Und wir müssen irgendwie Muni auftreiben. Irgendwie. Wir rennen an dem vorbei. Kommst du? Nein, lauf. Come on. Scheiße, gelaufen. Scheiße, gelaufen. Oh mein Gott. Halleluja. Gut. Halbes Magazin ist weg. Hätten wir jetzt irgendwie den Key benutzen können? Den Ronald McDonald Key. Ronald McDonald Key. Ronald McDonald. Ronald Street Key. Die Musik ist mega cool. Das hört sich so nach Ende an. Das hört sich so nach Ende an. Und da wollte ich nicht lang. Voll die gute Musik. Tonband war hier auch irgendwo in der Nähe, meine ich. Gehen wir da lang, gehen wir erstmal hier lang, zum Tonband, hier war doch eins. Vielleicht sollten wir die Fuse auch erst zurückbringen. Nee, kann man hier nicht benutzen, schade. Ich dachte, vielleicht für eine Abkürzung oder sowas. Tonband? Aber irgendwie beruhigt mich die Musik. Die hört sich so normal an und nicht nach wildem Geschrei. Ah, ich erinnere mich. Die großen Boys waren hier doch. Also hier vorne waren das, ähm... Na, haltestelle. Wir wollen ja wieder hierhin erstmal. Von hier aus könnte man auch zur Rowland Street. Über den Park und dann vielleicht hier irgendwo hin. Preston Road. Ähm, ups. Looks like I can take a shortcut through TL to Saxon Avenue. Haben wir schon. Aber gut, dass das hier einem auch Infos gibt. Gehen wir erstmal wieder hier lang. Große Jungs. Gott sei Dank seid ihr langsam. Was? Wieso hänge ich jetzt fest? Nein. Ich her kann mich nicht bewegen. Da sind wir. Und nochmal. Immerhin ist die Musik noch da. Sofie. Was? Wo bin ich jetzt? Wieso bin ich jetzt so drückend laufen? Hä? Hä? Da. Hier ist auf jeden Fall die Schaufel nochmal. Gehen wir mal schauen, ob hier so ein Fleck ist. Gucken wir wann anders. Lauf, 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 lauf. Simon! Nichts angreif ich, greife ich hier. So. Fuse Nummer Uno. Eins. Dove Musik. Hier geht nicht auf. Ich hab die voll vergessen. Doof gespielt von mir. Komm, lauf. Ui. Sam ist wieder richtig im Arsch. Wir haben die erste Fuse. Da hinten könnte wieder Moni und Spritzen sein. Hier können wir ja nicht lang. Diese Question ist, wo könnte jetzt denn die andere sein? Man... 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 Come on, come on, Simon! Gut. Oder auch nicht gut. Wir brauchen die nächste Fuse. Hallo? Willi, Gott, falls. Scheiße. I'm so sorry. Die Frage ist halt, wo könnte jetzt die andere sein? Das ist ja ein bisschen... Praktisch überall. Vielleicht auch irgendwo vergraben. Preston Road ja eigentlich, oder? Wir müssen jetzt zu Ronald Street. ich sollte mir mal merken wie man läuft ich sollte mir den aufbau dieses ganzen mal merken eigentlich was ist hier vielleicht noch sie ist noch da das ist der garten von dem garten könnten wir theoretisch zu ronald street weil hier ist anscheinend ja irgendwo auch was weil sonst hätten wir diese schlüssel hier nicht so ich weiß nicht wo ich noch was überspeichern soll gut so leid ich gehe so doof mit dir um hier ist ja nichts eine spritze eine kleine spritze so schauen wir noch mal hier auf den plan hier ist auch der bus bus macht blockiert dass wir könnten jetzt wieder hierdurch dass wir wieder bei dem garten und dann da zu ronald street hier kommen wir offensichtlich nicht durch ist auch kein fenster kaputt oh hi Beginn jetzt erstmal. Durch die andere. Da ist hier gerade eben was durchgebrettert. Vielleicht können wir durch die... Das, was da gerade eben kaputt gegangen ist. Wenn wir jetzt nicht sterben, heißt das... Die Bros. Oh, ich hab beide bekommen. Oh man, jetzt krieg ich die ganze Zeit... Krieg jetzt die ganze Zeit Money für das Scharfschützen-Ding. Ich hätte das nicht wegwerfen dürfen. Hätte, hätte, Fahrradkette. Tür geht nicht auf. Boah, wäre jetzt hier eine Spritze gewesen. Money Street. Wir müssen hier irgendwie... Oh, hier ist das Zug. Okay. Oh no! Jetzt sind beide hier. Kommt mit. Ich kann euch nicht beide wegballern. I guess. Ich weiß. Oh, come on. Here's the park. Ronald Strait, Ronald Strait, Ronald Strait. Dann gehen wir noch mal schauen. Hier ist auch wieder so ein Text. Wir müssen jetzt irgendwie hier hin. Wir sind hier. Parkway. Oh, Mann. Ist hier auch irgendwie ein Straßenschild oder so? Ich will jetzt auch nicht den Weg wieder zurückgehen hier. Vielleicht ist das auch richtig. Oh, Mann. Wir schauen mal. Ronald Strait. Das hier können wir dafür nicht... Wir benutzen ne... Einschlag und wir sind Matsch. Liegt da was von rein? Oh, wir konnten hier durch. Was ist hier der Park? Wir sind hier. Gustav Dahlpark. Ja, ja, ja. Hochschrauber. Hilfe. Kamen wir nicht von hier? Nee, von oben. Boah, und der kämpft sich hier durch mit 3% Leben. Ist ja auch leer. Hallo? Aha. Ja, hier können wir aber nicht zurück. Woher kam das alles? Ah, nö. Wir könnten hier noch runter. Ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist. Schauen wir mal hier. Nee, hier war auch gar nichts. Wir haben eh nichts zu verlieren. Ich habe hier an diesem Ort ganz schlechte Erinnerungen. Ah, nö. Nee, wir können hier nicht mehr vermuten. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020